Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Ja, heute bin ich wieder hier. Mein Hund frisst gerade Wurst, Bockwurst. Ja, heute ist ein neuer Tag, neues Glück, neue Action. Und natürlich teile ich mit meinem Hund. Mmh, lecker, ne? Ja. Ja, da außen ist ein bisschen Regen. Und ja. Während ich und mein Hund diese Wurst weiter essen, gibt es vor euch einen kleinen Film. Viel Spaß. Gl BBoakw vegan wir haben immer noch alles, oder? Ja. Ja? Ja. 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 Alles KielbЖreg rede bitte 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 alles. Wichtig ist! Horst du dich. Bei uns steht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich darf euch empfehlen, Forsthaus Zweckenau Staffel 1. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.